Diesmal geht es nach Hundestadt, das sich in der Nähe von Friedrichswerk befindet, wo jedes Jahr das Sandskulpturenfestival stattfindet, immer unter einem anderen Motto, zum Beispiel es war einmal. Als es den Geht, dann die sich in der Nähe von Friedrichswerk befindet, Oder Mythen und Legenden. Oder Mythen und Legenden. Oder Mythen und Legenden. Zum anderen Meisterwerke, wo der Turm zu Babel nachgebaut wurde. Zum anderen Meisterwerke. 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 Zum anderen Meisterwerke.